Das ist eSpring. eSpring ist die weltweit meistverkaufte Marke unter den Wasserfiltersystemen für den häuslichen Gebrauch. Durch das patentierte eSpring-System werden über 145 gesundheitsgefährdende Verschmutzungen, auch organischer Art, aus dem Trinkwasser entfernt. Sie und Ihre Familie können sich darauf verlassen, mit eSpring klares, sauberes Wasser zu genießen. Werfen wir einen Blick in das Innere des eSpring-Wasserfiltersystems, um zu sehen, wie die Technologie funktioniert. Wir zeigen dies anhand einer durchsichtigen eSpring-Einheit. Einige organische Chemikalien wie Pestizide und Desinfektionsnebenprodukte vermengen sich mit dem Wasser, sodass sie weder zu sehen, schmecken oder riechen sind. Bei dieser Demonstration verwenden wir eine harmlose organische Chemikalie, einen roten Nahrungsmittelfarbstoff, der andere potenziell gefährliche organische Chemikalien repräsentiert, welche sich problemlos im Wasser anreichern können. Dieser Messbecher stellt unseren Maßstab für den Vortest dar, damit wir die Ergebnisse vergleichen können. Während verunreinigtes Leitungswasser durch das eSpring-System fließt, werden durch den patentierten Aktivkohlefilter die organischen Verunreinigungen herausgefiltert, wobei gesunde Mineralien wie Kalzium und Magnesium erhalten bleiben. Durch das eSpring-System erhalten wir ein klares Ergebnis. Das eSpring-Wasserfiltersystem ist auf dem neuesten Stand der Wasserfilterungstechnologie. Somit verfügen Sie immer über sauberes und sicheres Wasser mit besserem Geschmack.